Die Börsen weltweit boomen und da fragt sich natürlich so mancher Unternehmer. Könnte auch ich mit meinem Unternehmen an die Börse gehen, auch wenn ich nicht Facebook oder Google bin, lässt sich auch für mich hier finanzieller Vorteil aus dieser sehr positiven Börsenlage schlagen. Und darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Tatsächlich verbinden wir ja mit einem Börsengang immer nur sehr große Unternehmen, sehr spektakuläre Börsengänge, wo Milliarden und Milliarden an Kapital für das Unternehmen eingeworben werden. Tatsächlich gibt es aber auch andere Wege an die Börse zu gehen, die vielfach nicht beachtet werden. Um dir dies zu veranschaulichen, will ich jetzt mal auf die Webseite der Wiener Börse gehen. Das ist einer der Börsen, an der manche unserer Mandanten gerne gelistet werden. Da gibt es verschiedene Segmente und eins der Marktsegmente ist das sogenannte Direct Market Segment. Hier wird uns vorteilhafterweise die Marktkapitalisierung der dort gelisteten Unternehmen angezeigt. Die kannst du hier sehen. Die ist also im Fall von diesem ersten Unternehmen 28 Millionen, dann hier 170 Millionen, dann aber hier nur 4,1 Millionen, hier nur 0,4 Millionen, hier nur 35,3 Millionen. Das sind natürlich alles Werte, würde man sagen, vielleicht mit Ausnahme der 170 Millionen, die auch für so manchen Unternehmer als realistisch erscheinen. Die Marktkapitalisierung ist ja bekanntlich die Bewertung eines Unternehmens. Wie ein Unternehmen nun tatsächlich bewertet wird, das sind natürlich dann auch immer noch ganz andere Fragen. Aber grundsätzlich will ich sagen, gibt es tatsächlich viele Unternehmen an der Börse, die jetzt keine Milliardenunternehmen sind. Wenn du also ein Unternehmen hast, das auch eine entsprechende Marktkapitalisierung möglicherweise erzielen könnte, wie die, die ich jetzt genannt habe, bei einer entsprechenden realistischen Bewertung, dann käme vielleicht ein Börsengang durchaus auch für dich in Frage. Unsere Kanzlei ist immer wieder in Börsengänge involviert. Wir sind natürlich keine Börsenberater, aber wir gründen natürlich Gesellschaften im Ausland, vor allen Dingen im UK und um die UK PLC geht es ja auch und erstellen da natürlich auch steuerliche Setups für Mandanten, die gleichzeitig mit dem Börsengang auch die steuerliche Situation zum Beispiel durch einen Umzug ins Ausland optimieren wollen. Und dann arbeiten wir bei diesen Projekten natürlich mit einer Vielzahl von Partnern und anderen Dienstleistern zusammen. Börsen, Beratern, Share-Registrars, Anwälten, Wirtschaftsprüfern und so weiter. Da sind immer etliche Dienstleister in ein solches Vorhaben involviert. Man muss zunächst mal allerdings mit einem großen Missverständnis aufräumen, denn wenn ich von Börsengang spreche, jetzt gerade hier für kleinere Unternehmen, dann spreche ich nicht von einem IPO, also ein sogenanntes Initial Public Offering, was ja wie gesagt die bekannteste Form des Börsengangs ist. Ich spreche von einem sogenannten Direct Listing. Ein Direct Listing wurde in den letzten Jahren auch vielfach für einen Börsengang gewählt. Bestes Beispiel meiner Meinung nach Shopify. Beim Direct Listing geht es nicht darum, durch den Börsengang Geld einzuwerben. Vielmehr wirbt man bereits im Vorfeld des Börsengangs Kapital ein, durch Private Placements bei Investoren, die dem Unternehmen, die den Gründern bekannt sind. Und das Direct Listing eröffnet dann diesen Investoren die Möglichkeit eines sehr lukrativen Exits. Wenn ich also in der Lage bin zu sagen, bei der Kapitaleinwerbung zum Beispiel in Gesprächen mit potenziellen Investoren, dass man an einem Direct Listing arbeitet und dass in wenigen Jahren hier die Aktie an einer Börse gelistet ist, dann ist vielfach der Wille der Investoren zu investieren sehr viel größer, als wenn es hier nur um Anteile eines privat gehaltenen Unternehmens geht, denn diese kann ich ja nur sehr schlecht handeln als Investor. Also ich mache mein Unternehmen für Investoren attraktiver, wenn ich zeigen kann, dass dieses demnächst an der Börse gelistet wird, denn damit werden illiquide Assets, was ja Anteile an privat gehaltenen Unternehmen sind, zu liquiden Assets, die ich an einer Börse handeln kann. Das ist der Vorteil einer Publikumsgesellschaft. Das ist also der entscheidende Unterschied eines Direct Listings im Vergleich zum IPO. Bei einem klassischen IPO findet ja die Kapitaleinwerbung dann am Stichtag des Going Public statt. Dann werden an der Börse neue Anteile dann praktisch verkauft und ausgegeben und die Öffentlichkeit kann dann die Papiere über die Börse erwerben. Beim Direct Listing geht es wie gesagt darum, dass die Anteile vor dem Börsengang bereits verkauft werden und der Börsengang nicht mehr dazu dient, dem Unternehmen Kapital einzuwerben und zuzuführen, sondern lediglich den Investoren, die dort in den Jahren davor investiert haben, eine lukrative Möglichkeit des Exits ermöglicht. Was ist der Hauptvorteil des Direct Listings gegenüber des IPOs? Nun, die Kosten sind in der Regel sehr viel geringer. Beim IPO brauche ich ja dann in der Regel Investmentbanken, die letztlich die Aktien über Bookbuilding-Prozesse ihren eigenen Kunden dann verkaufen. Hier eine Bank zu finden, ist gerade für kleine Unternehmen natürlich nicht besonders einfach und vor allen Dingen sehr teuer. Ganz davon abgesehen, dass es dann hier natürlich auch sehr umfangreiche Prospektpflichten gibt, mache ich ein Direct Listing, brauche ich keine Investmentbank, dann kann ich selbst Investoren ansprechen. Ich rede jetzt natürlich in der Regel von Investoren, die hier größere Beträge dann investieren. Vielfach kennen Unternehmen ja auch schon Unternehmen und Personen, die in das Unternehmen investieren wollen, die aber eben verlangen, dass man hier ein Wertpapier hat, in was man investieren kann und was dann auch an der Börse praktisch handelbar ist. Auch beim Direct Listing natürlich gibt es möglicherweise Prospektpflichten zu beachten. Hier ist innerhalb der EU die EU-Prospektverordnung relevant. Die ist immer dann herbeizuziehen, wenn ich eben Kapital in der Öffentlichkeit, in der EU einwerben möchte. Aber wenn ich Investoren ansprechen möchte, die größere Beträge investieren, dabei aber nur eine relativ kleine Anzahl von Investoren einwerbe, dann brauche ich in der Regel keinen Prospekt. Und auch die Börse verlangt dann vielfach keinen Prospekt, was vor allen Dingen auch ein Zeitgewinn natürlich ist. So, welche Börsenplätze eignen sich nun für ein solches Direct Listing? Nun, also man muss dabei verstehen, dass die verschiedenen Börsenplätze immer unterschiedliche Marktsegmente haben. Hier gibt es zum einen natürlich die regulierten Börsensegmente. Da schreibt letztlich, dass in diesem Land lokale Recht dann vor, wer hier gelistet werden darf oder nicht. Dann haben aber die meisten Börsen auch sogenannte börsenregulierte oder unregulierte Segmente. Da entscheidet letztlich die Börse, wer hier gelistet werden darf. Grundsätzlich kann man sagen, dass für solche unregulierten Segmente vor allen Dingen kleinere Unternehmen in Frage kommen. Ein Extrembeispiel für diese unregulierten Segmente sind ja die sogenannten Pink Sheets. Wenn du den Film der Wolf von Wall Street gesehen hast, dann weißt du hier, von was ich spreche. Die gibt es heute so natürlich nicht mehr. Und die börsenregulierten Segmente sind natürlich heute in keiner Weise anrüchig oder so. Auch diese werden natürlich von der Börse sehr strikt reguliert. Es sind eben keine vom Gesetzgeber regulierten Segmente, sondern von der Börse regulierten Segmente. Die Börse kann also entscheiden, wer dort gelistet werden kann oder nicht. Das ist jetzt unsere Webseite hier, UK PLC Services, wo wir auch unsere Dienstleistungen rund um das Thema Börsengang beschreiben. Hier sind nun einige Börsenplätze aufgeführt, die sich unserer Meinung für solche Vorhaben eignen. London Stock Exchange Main Market ist nun ein reguliertes Segment, aber zum Beispiel Aquis Growth Market in London ist eine ganze Börse. Die ganze Börse hat letztlich nur börsenregulierte Segmente, eignet sich für kleinere Unternehmen. Alternative Investment Market, der AIM in London, ist eigentlich auch nur für größere Unternehmen geeignet. Die Börse Wien, wie gesagt, hat ein interessantes Segment. Die Börse in Toronto ebenfalls. Für Anleihen eignet sich auch der Open Market in Frankfurt. Und dann natürlich noch die Börse Euronext, wo letztlich die Hauptbörse Paris ist, die aber auch lokale Ableger in anderen europäischen Metropolen hat. Das sind also so einige Börsenplätze, an denen auch dein Unternehmen an die Börse gehen könnte, mit einem Direct Listing. Wie muss man sich sowas nun ganz konkret vorstellen? Wie ist ein solcher Ablauf eines Börsengangs, eines Direct Listings zu verstehen? Lass mich dir das kurz erklären. Wir verwenden für Direct Listings vielfach UK PLCs, also das heißt britische Aktiengesellschaften. Wir finden, dass diese sehr gut geeignet sind für solche Vorhaben. Da gibt es einige Vorteile gegenüber der deutschen AG, zum Beispiel, angefangen damit, dass der Nominalwert letztlich einer Aktie im UK sehr viel niedriger sein kann als in Deutschland. Dort ist ja der minimale Nominalwert bei einer Aktie 1 Euro. In UK kann er 1 Pence zum Beispiel sein. Auch die UK PLC kann natürlich Aktienkapital in Euro haben. Es muss nicht Pfund sein. Das heißt, hier kann man auch zum Beispiel 1 Eurocent als Nominalwert pro Aktie machen. Dann hat die UK PLC den Vorteil, dass zum Beispiel die Kapitalerhöhung per Sacheinlage und die ist dann relevant bei der Einbringung von Assets, zum Beispiel von Tochtergesellschaft in die Gesellschaft, viel einfacher ist als in anderen Ländern. Die PLC ist sehr weit international anerkannt bei Investoren aus fast allen Ländern. Ein weiterer sehr großer Vorteil ist, dass es im UK keine Quellensteuer gibt bei Dividendenzahlungen und das ist dann relevant, wenn du gleichzeitig mit dem Börsengang dir überlegst, in ein niedrig besteuertes Land umzuziehen, wo du dann solche Dividenden aus dem Ausland in der Regel ja steuerfrei vereinnahmen kannst. Da würde es dich also sehr stören, wenn du eine Quellensteuer wie in der Schweiz bezahlen müsstest, 35% oder wie in Deutschland 25% oder wie in den USA 30%. Mit einer UK PLC kannst du als Gesellschafter in Dubai wohnen. Die PLC nimmt von ihren Tochtergesellschaften zum Beispiel Dividenden ein, muss die ja dann nicht mehr intern nochmal versteuern und kann diese direkt ohne weiteren Steuerabzug an dich ausschütten, der zum Beispiel in Dubai wohnt oder in einem anderen steuergünstigen Land. Das heißt für dich maximale Steueroptimierung. Das heißt, gegründet wird eine UK PLC als Holdinggesellschaft, minimale Stammkapital 50.000 Pfund, mindestens zwei Geschäftsführer, du kannst also Geschäftsführer sein und noch jemand anders. So, diese Gesellschaft ist ja dann erstmal komplett leer. Diese können wir natürlich so nicht an der Börse listen. Dazu müssen wir dann erstmal hier noch etwas hineintun, nämlich ein Vermögen, dass auch die Gesellschaft dann tatsächlich was wert ist. Und was bringen wir dort natürlich ein? Nun ja, dein Unternehmen, was zum Beispiel in Deutschland ist, in Österreich oder sonst irgendwo, das wird dort im Rahmen eines Aktientausches dann eingebracht. Mal angenommen, du hast jetzt ein deutsches Unternehmen, eine AG, eine GmbH. Die Anteile an diesem deutschen Unternehmen würdest du dann in diese PLC einbringen. Die PLC ist dann die Muttergesellschaft dieses Unternehmens. Gleichzeitig würdest du im Tausch dann Aktien der PLC erhalten. Du bist also nach dieser Transaktion Gesellschafter der PLC und die PLC ist Gesellschafterin deines Unternehmens in Deutschland, zum Beispiel oder Österreich, der Schweiz oder sonst wo, wo das operative Unternehmen seinen Sitz hat, spielt absolut keine Rolle. Man wird das Unternehmen nicht ins Ausland verlegen, die Betriebsstätte nicht ins Ausland verlegen, nur die Holdinggesellschaft wird im UK sein. Das Unternehmen wird dort weitergeführt, wo es gerade ist. Ganz normal, business as usual. Bei dieser Einbringung sind möglicherweise diverse steuerliche Details zu beachten. Insbesondere, wenn du heute direkt als natürliche Person die Anteile an deiner GmbH, an deiner deutschen AG hältst, hast du bereits eine persönliche Familienholding hier installiert, welche das Unternehmen hält, dann ist das meistens aus steuerlicher Sicht einfacher. Wer sich schon mal mit dem Thema Delaware Flip beschäftigt hat, der weiß, von was ich hier spreche. Der Delaware Flip ist natürlich nur dann relevant, wenn ich von den USA spreche. Darüber sprechen wir jetzt gerade hier nicht. Aber im Grunde genommen geht es um die gleichen Themen und Herausforderungen, die dabei eben dann mit einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Deutschland gelöst werden müssen. So, da stellt sich natürlich die Frage, zu welchem Wert bringe ich nun dieses deutsche Unternehmen in die PLC ein? Ich mache ja hier letztlich in der PLC dann eine Kapitalerhöhung per Sacheinlage. Die Sacheinlage ist letztlich deine Gesellschaft, die Anteile an deiner Gesellschaft, die dort eingebracht werden. Und hier muss ich natürlich dann eine realistische Bewertung produzieren. Glücklicherweise ist aus britischer Sicht hier kein komplexes Wertgutachten notwendig, wie in Deutschland. Liegt dir also eine aktuelle Bewertung durch deinen Wirtschaftsprüfer vor? Und beim Format ist man hier tatsächlich recht flexibel. Dann können wir letztlich hier die Gesellschaft auf dieser Basis dann in die britische Gesellschaft einbringen. Im Endeffekt haben wir dann eine britische Gesellschaft, die ist Muttergesellschaft deines deutschen oder schweizer oder österreichischen Unternehmens. Und der Wert der britischen PLC ist also natürlich entsprechend der Bewertung deines Unternehmens. Nun haben wir also eine werthaltige PLC, die man nun also an die Börse bringen kann. Sobald die Einbringung der Assets hier vervollständigt ist, gibt es da noch einige administrative Dinge zu erledigen. Also man muss natürlich eine ICIN für die Gesellschaft besorgen. Man muss die Aktien dematerialisieren. Das heißt, die Aktien müssen hier letztlich elektronisch handelbar gemacht werden. Dann muss man noch hier die PLC an Crest anschließen. Über Crest werden letztlich die Aktien britischer Gesellschaften dann elektronisch handelbar. Über die Börse. Die Börsen sind direkt an dieses Crest-System eben angeschlossen. Auch eben Börsen weltweit. Und parallel kann ich mir nun also einen Börsenplatz aussuchen, wo ich diese Gesellschaft listen kann. Ein paar habe ich ja vorhin vorgestellt. Wie entscheidet man sich nun für den richtigen Börsenplatz? Nun, es ist eine Frage, wo sich die Investoren befinden. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Börse in Kopenhagen. Das ist Nasdaq First North. Ein Ableger der Nasdaq-Börse in den USA. Einer der führenden Marktplätze, Börsenplätze für kleinere Unternehmen. Aber natürlich ein tolles Branding, wenn du sagen kannst, mein Unternehmen ist am Nasdaq gelistet in Kopenhagen. Das klingt natürlich super. Riesenproblem, diese Börse ist letztlich nur für skandinavische Investoren zu erreichen. Die wollten dort schon lange Connectivity auch herstellen zu deutschen, europäischen, amerikanischen Brokern. Aber es gibt momentan diese Connectivity nicht. Das heißt also, wenn du letztlich Shares an dieser Börse handeln möchtest, Nasdaq First North, dann musst du dir einen Account bei einem skandinavischen Broker eröffnen, was kompliziert sein kann. Und nur dann kannst du letztlich hier solche Aktien kaufen. Das machen natürlich Investoren nicht gerne. Investoren haben ja irgendwo einen Broker, sagen wir mal in der Schweiz oder bei ihrer deutschen Bank oder sowas. Und da gibt es dann ein Depot und sie wollen natürlich die Anteile dort einbuchen. Ja, deswegen muss man also sich überlegen, wo sind also die Investoren für mein Unternehmen, die hier in mein Unternehmen investieren möchten. Und auf der Basis suche ich dann die Börse raus. Im deutschsprachigen Raum, ganz klar zum Beispiel, ist Wien interessant. Auch Euronext hat eine fantastische Connectivity. Habe ich hauptsächlich britische Investoren. Ist sicherlich Aquis interessant. Eine Börse für kleinere Unternehmen. Will ich nun amerikanische Investoren ansprechen, gibt es natürlich auch in den USA entsprechende Börsenplätze in New York. Andere als Nasdaq zum Beispiel, New York Stock Exchange für kleinere Werte. Ist ein Börsenplatz ausgewählt, dann wählt man einen Börsenberater aus, der an dieser Börse akkreditiert ist. Und der kann dann letztlich das Unternehmen durch den Going Public Prozess begleiten. Der schreibt dann eine Art Verkaufsdokument, eine sogenannte Company Description, die letztlich ähnlich ist wie ein Prospekt, aber eben nicht so formal wie ein Prospekt ist. Wo das Unternehmen letztlich beschrieben wird, was es macht, was die Risiken sind, was das Management ist und so weiter und so fort. Dann trifft man sich in der Regel mit dem Vorstand der Börse, stellt das Unternehmen vor. Die Börse prüft dann die Dokumente. Und wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das die Börse gerne bei sich aufnehmen möchte. Eine Sache, die man natürlich im Vorfeld abklärt, bevor man überhaupt hier mit dem Prozess beginnt. Dann werden letztlich dann die Aktien dieses Unternehmens, deines Unternehmens dann gelistet am ersten Handelstag. Auch hier ist natürlich dann wieder der Einstandspreis, mit dem die Aktie gehandelt wird, sehr wichtig. Das wird in der Regel in Zusammenarbeit mit der Börse dann definiert, basierend eben auf der Bewertung des Unternehmens. Und ab dann können dann letztlich Aktionäre ihre Anteile am Unternehmen an der Börse verkaufen. Natürlich hat man hier bestimmte Agreements mit den Anlegern. Da gibt es bestimmte Sperrfristen, die beachtet werden müssen, gerade was jetzt Aktien der Geschäftsleitung oder wichtiger Gesellschaft da anbelangt. Ja, sonst wird natürlich der Aktienpreis hier sofort letztlich verdorben, wenn jetzt hier massenweise verkauft wird. Der ganze Prozess, würde ich sagen, dauert realistischerweise sechs bis zwölf Monate. Was vielfach recht komplex ist, muss man sagen, dass das Unternehmen tatsächlich hier die relevanten Dokumente beibringt. Hierzu zählen zum Beispiel testierte Bilanzen. Die dürfen nicht älter als ein halbes Jahr sein, wenn man hier an die Börse gehen will. Vielfach ist es so, man geht mit testierten Bilanzen, beginnt mal den Prozess und dann zieht sich der Prozess in gewisser Weise hin. Und dann braucht man dann in der Mitte des Börsengangprojektes dann nochmal neue Bilanzen, weil die alten schon über sechs Monate alt sind und das kann natürlich immer dauern. Das heißt, das sind so Dinge, die das Ganze eben auch dann verkomplizieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sechs bis zwölf Monate sind eine realistische Option, wenn du es jetzt eilig hast. Möglicherweise hast du es ja gar nicht eilig. Vielfach ist es einfach wichtig, dass man gegenüber potenziellen Investoren zeigen kann, siehst du, wir sind hier dabei, an die Börse zu gehen. Das Unternehmen hat schon eine EISIN. Du kannst vielleicht sogar schon die Anteile vorbörslich hier elektronisch bei dir im Depot einbuchen. Dafür müssen wir gar nicht an der Börse sein. Das ist alles möglich. Wichtig ist, der Prozess ist am Laufen. Du kannst jetzt investieren. Und wenn wir dann an die Börse gehen, vielleicht in eineinhalb oder zwei Jahren, das kann man dann eben planen, dann hast du hier eine erste Exit-Möglichkeit. Vielfach ist auch beliebt, dass man den Börsengang zum Beispiel wählt, um Schulden in Stammkapital umzuwandeln. Wirklicherweise hast du ja Darlehen bekommen. Dein Unternehmen hat Darlehen bekommen von Darlehensgebern. Jetzt kannst du denen sagen, okay, wir bieten euch an. Ihr könnt euer Darlehen hier umwandeln in Aktien der Gesellschaft zu einem günstigen Preis. Dann hat das Unternehmen den Vorteil, dass letztlich das Darlehen nicht zurückbezahlt werden muss, dass diese Transaktion einen positiven Effekt auf die Bilanz hat. Denn auf einmal hat ja die Gesellschaft zum Beispiel bei einem Darlehen von einer Million, eine Million weniger Verbindlichkeit und eine Million mehr Stammkapital. Das sind natürlich interessante Perspektiven. So und natürlich, wenn sich dann auch der Börsenkurs positiv entwickelt, dann hast auch du als Gründer die Möglichkeit, dann Aktien zu verkaufen. Auch hier wiederum natürlich sind Vorschriften zu beachten, gerade wenn jetzt Gründer oder Geschäftsleitungsmitglieder Aktien verkaufen. Da sind bestimmte Benachrichtigungspflichten zu beachten und so. Das erklären wir mal bei anderer Gelegenheit. Aber grundsätzlich kannst du natürlich auch du dann einen Exit machen. Lebst du dann in einem Land, wo es günstige Steuern gibt und du möglicherweise solche Veräußerungserlöse gar nicht besteuern musst, dann hast du es mit Sicherheit richtig gemacht. Soweit also unsere kurze Zusammenfassung zum Thema Direct Listing. Eine möglicherweise sehr interessante Möglichkeit hier vom aktuellen Börsenboom zu profitieren, deinen Unternehmenswert zu maximieren und dann auch entsprechend an diesem Erfolg für dich als Unternehmer zu partizipieren. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, den Weg, den wir hier gerade beschrieben haben, also ein Direct Listing über eine UKPIC als Holding Company, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir sind seit fast 20 Jahren damit beschäftigt, Mandanten dabei zu helfen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, ins Ausland umzuziehen, Vermögen zu schaffen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.